So wärst du Kryptomillionär. Heute alle Informationen, ja, Buy-in, Sold-out, Emotionen unter Kontrolle haben, Angst, Panik, ja, Euphorie, Begeisterung, Gier, ja, dass du alles wirklich unter Kontrolle hältst. Die ultimativen Tipps, wie du wirklich im Kryptomarkt erfolgreich wärst. Ich hab's gemacht, bin bei Zero gestartet, ich hab zig Millionen im Kryptobereich verdient, ich hab auch schon zig Millionen verloren, zeige ich dir auch heute. Und du bekommst alle Informationen, mein Wissen, meine Tipps für dich heute im Video. Okay, liebe Community, erstmal ganz, ganz wichtig am Anfang, falls du gewisse Parts vielleicht dich verstehst, falls ich manchmal zu schnell rede, was ich ja gerne mache, schau dir gegebenenfalls ein paar Parts nochmal wieder an, dass du wirklich hier auch alle Informationen bekommst. Natürlich direkt den Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben, damit wir die Reichweite natürlich auch maximal vergrößern, damit viele Menschen erreichen. Aber erstmal müssen wir uns wirklich anschauen, worüber sprechen wir überhaupt. Wir sprechen wirklich hier vom Kryptomarkt und da gehen wir auf CoinMarketCap. Und der Kryptomarkt ist ein höchst volatiler Markt. Deswegen ist es hier natürlich enorm wichtig, deine Emotionen unter Kontrolle zu haben. Wie viele Menschen hatten wir, die hier 2017, 2018 Millionen gehabt haben in Krypto und dann hier wieder komplett broke waren? Warum? Weil sie eben nicht richtig gehandelt haben. Und genau da brauchst du eine Buy-in und eine Sold-out-Strategie. Und ich zeige dir zum Beispiel auch ganz offen transparent heute im Video, wie ich hier zum Beispiel, das ist das Thema Launchpads. Das können wir ganz offen zeigen. Ich bin auf zig Launchpads gewesen. Ich hatte hier wirklich eine Million, teilweise ein bisschen über eine Million in Launchpads. Jetzt sind es noch 68.000. Ich habe hier ein Minus von, wenn ich auf die Statistiken gehe, von, ich glaube, 88%. 88% ist es derzeit im Minus. Einige hier sogar mit einem Investment, eigentlich eine sechsstellige Summe im Minus. Und bei Launchpads muss ich mir ganz klar an die eigene Nase fassen. Hatte ich keine vernünftige Sold-out-Strategie, wie bei Launchpads war mein Thema einfach nur. Ich bin auf zig verschiedenen Launchpads. Ich gehe in ganz, 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 ganz viele IDOs, Pre-Sales und so weiter rein, um damit letztendlich dann das Kapital wieder zu wertschaffen. Sprich, mein Gedanke war wirklich von vornherein bei Launchpads. Ich nutze diese Launchpads, um frühzeitig in Projekte reinzugehen. Ob der Launchpads-Kurs abstürzt oder nicht, ist mir in erster Linie erstmal egal. Ich habe natürlich nicht eine Million in Launchpads investiert. Ich habe, glaube ich, ungefähr eine halbe Million in Launchpads investiert. Durch die Wertsteigerung war ich dann kurz auf eine Million. Lass mich 400.000 investiert haben, dann ging es auf eine Million hoch. Klar, und jetzt kommt die negative Marktphase. Natürlich hätte ich mir auch bei Launchpads meine Gewinne sichern müssen. Logisch. Daher wäre eine Sold-out-Strategie wichtig gewesen. Zum Beispiel die 400.000, die ich investiert habe, rauszunehmen und zu sagen, ich verringere meine 6, 7, 8 Launchpads auf die 2, 3, die am besten performen. Das war ein Fehler, der mich jetzt hier in dem Fall 900.000 Dollar gekostet hat, den ich dir jetzt hier for free auf YouTube gebe, wo du dir eben langfristig mehrere 100.000 sparen kannst. Weil auch da war natürlich wieder der Gedanke, pass auf, der Markt geht nach oben, all-time high, es gibt nur noch eine Richtung. Und dementsprechend war natürlich die ganzen Projekte, Play-to-Earn, Metaverse, was sich da alles entwickelt. Wow, da kann man richtig Kohle machen. Und natürlich wollte ich in mehr und mehr und mehr reingehen, wollte natürlich dadurch nicht meine Position bei Launchpads verkaufen. Ja, war ein Fehler. War ein Fehler. Hätte ich natürlich ganz, ganz klar auch da. Natürlich einige Launchpads, so wie GameZone, die haben ja eigenen Token gedumpt. Also Blutzilla, alles eh so einen halben Scammer, sag ich mal. Ist eine andere Geschichte. Will ich nicht so viel darauf eingehen. Aber dass ihr hier auf jeden Fall mal wisst, natürlich eine Sold-out-Strategie wäre hier wichtig gewesen. Zumindest hier, wenn man die sagt, pass auf, es kracht hier schon mal runter. Das war dann dementsprechend wirklich so, ja, Dezember, wo schon ein bisschen klar wurde, die Marktphase mit Neger. Zumindest hier, wo man noch im Gewinn war. Auch da muss man wirklich sagen, okay, du, pass auf, das ist der Kryptomarkt. Der Kryptomarkt bewegt sich eben in Wellen, wie hier oder auch wieder hier. Ey, gehen wir mal raus, gehen wir mal raus. Das ist das Erste. Also Sold-out. Immer, wenn wir zum All-Time-Highs gehen, dann musst du verkaufen. Du musst dich denken, es gibt nur noch eine Richtung. Ey, zack, zack, zack. Nein, du musst hier abverkaufen. Du musst abverkaufen. Du musst dir ganz klar sagen, ey, du pass auf, guck mal, der Markt. Hier zum Beispiel, Anfang 2020, hat sich von 300.000 auf jetzt hier 1,8. Der Markt hat sich verfünffacht. Ey, geh raus. Der Markt hat sich verfünffacht. Ja, check das. Geh raus. Werd nicht gierig. Ja, hier sogar noch viel, viel mehr. Ja, also spätestens hier hätten alle Alarm-Blocken schallen müssen. Und das erkennst du auch immer am Fear- und Greed-Index. Das siehst du ganz klar hier. Wenn wir jetzt hier mal raufgehen. Aktuell ist der Markt eine extreme Angst. Aktuell ist eine extreme Angst im Markt. Siehst du hier sehr, sehr schön dargestellt. Und genau daran erkennst du dementsprechend wirklich immer extreme Angst. Dass jetzt ein Einkaufszeitpunkt ist. Ja, wenn alle feiern hier, ja. Das ist immer noch sehr, sehr gut hier beschrieben. In dieser Grafik. Wenn du zum Beispiel hier siehst den Fear- und Greed-Index. Jetzt, da siehst du aktuell, wie gesagt, sind wir bei 15. Und hier ist natürlich immer, wenn es dann fällt, da kriegen die Leute Angst. Dann muss man wieder einkaufen. Und wenn alle hier wieder schreien, wenn alle feiern. Halten, abverkaufen. Halten, abverkaufen. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo die Angst extrem hoch ist. Der Markt ist extrem unruhig. Keiner weiß, wo es hingeht. Und genau da ist eben wieder so ein Einstiegszeitpunkt. Und komischerweise, jedes Mal, wenn die Angst sehr, sehr hoch war, hat sich danach wieder alles so ein bisschen erholt. Ihr seht jetzt nicht hier, oh, hier war die Angst und dann ist es abgestürzt. Sondern es ist abgestürzt. Dann war die Angst groß. Dann haben Stau-Investion einkauft und dann steigt es wieder. Ja, das kann man sich wirklich sehr, sehr schön historisch anschauen. Und dann ist eben auch die richtige Buy-In-Strategie. Weil die meisten, die kaufen hier ein. Wenn Optimismus da ist, wenn Etusiasmus da ist, wenn Begeisterung da ist, wenn das ist, Euphorie, dann kaufen die Menschen ein. Beim All-Time-High. Wir haben es letztes Jahr gesehen, Oktober, November. Können wir offen sprechen bei unserer Education-Plattform. Wir haben Millionen Umsätze in der Woche gemacht. Wir hatten, glaube ich, im Oktober, November, hatten wir, glaube ich, beides haben fast über 10 Millionen Umsatz gemacht. Obwohl es das All-Time heißt, wo eigentlich Menschen einsteigen in den Markt, sagen, ey, ich habe verstanden, dass der Markt hingeht. Ich eigne mir jetzt Wissen an, aber ich investiere nicht. Ich eigne mir jetzt mein Wissen an. Ich weiß, wo ich investieren will. Ich schaffe mir Kapital. Ich nutze auch die Business-Möglichkeit, die wir da bieten. Aber meine Investments mache ich, wenn es crasht. Wenn der Markt unten ist, wenn alle dementsprechend in Angst und Panik sind und alle sagen, oh, und China sagt wieder, Krypto wird verboten und die EU sagt, hier, Wallets werden verboten, das, negative Nachrichten, dann musst du investieren. Genau dann ist eben der richtige Punkt, dass du deine Investments treffen musst, wenn eben hier, wie gesagt, jeder rumheult, die Menschen wirklich Panikverkäufe machen. Dann musst du eben als schlauer Investor wieder einsteigen und das eben wieder ausnutzen. Und jetzt natürlich auch nochmal der ganz, ganz kurze Exkurs wirklich rein, wie so eine Buy-In- und Sold-Out-Strategie dann wirklich aussieht. Weil wir sehen es jetzt, wir gehen jetzt wirklich mal hier drauf, aufs letzte Jahr. Wie hätten wir uns im letzten Jahr richtig verhalten sollen? Wir sehen zum Beispiel hier, so pass auf, der Markt ist in der Korrektur. Sagen wir, du hast jetzt 100.000 Dollar. Einfach nur ein Bleitspiel. Also, ob du 100 Dollar hast oder 10.000, ist egal. Dann gehst du natürlich hier rein. So, du sagst hier am Anfang, so, 30% rein. In dem Fall 30.000 verteilst du auf deine Coins. Ich habe ja schon immer wieder gesagt, das ist jetzt nicht Teil des Videos, 25% im Stablecoin halten, 25% passive Einnahmen, 25% Maincoins und 25% wirklich in D-Coins, mit Altcoins, mit X100, mit X.000 Potenzial, mit Expertenwissen wirklich, ja. Also diese 25% Maincoins, wirklich Coins aus den Top 30, Top 50 und mit den anderen 25% wirklich Altcoins mit enormem Potenzial nach oben. Das ist erstmal dazu zu den Coins nochmal, aber das ist nicht Teil des Videos. Und dann gehst du hier mit 30% rein, mit 30.000. Dann siehst du, der Markt steigt. Ah, pass auf, zack, nochmal 25% rein. So, da hast du sagen, wir haben jetzt ungefähr 60% deines Kapitals zu diesem Zeitpunkt hier investiert gehabt. Was machst du dann? Du sagst, ah, der Markt geht da oben. Ah, nee, jetzt warte ich nochmal wieder ab. Jetzt siehst du zum Beispiel, alle feiern, alle sind begeistert. Nee, du, ich warte nochmal ab. Ich warte nochmal ab. Ich gehe jetzt nicht mehr rein, ja. So, dann kannst du gegebenenfalls hier, ja, wenn du sogar hier bist, vielleicht schon mal ein paar Gewinne sichern, ja, dann kommst du mal wieder, sind wir wieder bei Sold Out, dass du dann natürlich schon mehr zum Beispiel, wenn du jetzt hier unten rein bist, schon mal dein Investment rausholt, weil der Markt hat sich verdoppelt. So, dann sagst du, du holst dein Investment raus, bist du hier schon mal Return of Investment, der Rest kann laufen. Dann crasht es ein bisschen, dann gehst du mit dem Restkapital rein. Und klar, wenn da natürlich nochmal wieder sowas kommt, was jetzt bald kommen wird, weil du siehst, diese Seitbezweigung, ja, klar, kann auch nochmal ein Ausbruch nach unten kommen so, aber grundsätzlich, ja, sind wir hier wirklich in der Massenadaption von Krypto und dementsprechend natürlich ganz klar, ganz klar, jetzt schon mal wieder eine Buy-in. Aktuell sind wir ganz klar bei Buy-in. Jetzt ist ein Zeitpunkt, schon mal ein bisschen was reinzunehmen. Noch nicht alles, es kann noch mal crashen, aber, ja, jetzt ist eben der Zeitpunkt, schon mal wieder reinzunehmen. Genau hier, das wäre eben der perfekte Zeitpunkt. Wir waren fast bei fast 3 Billionen und da hätte man theoretisch dann, ich sag mal, bis zu 80% seines Portfolios wirklich abverkaufen müssen, weil, ja, klar, long-term, hin und her, huddeln kannst du auch machen, aber du kannst natürlich deine Profits einfach maximieren, wenn du eben die richtige Buy-in- und Sold-out-Strategie hast. Und auch dann, ja, du verkaufst immer ein Step-by-Step, dass du erstmal ein Turn-of-Investment bist, lässt es ein bisschen laufen, wieder ein Step verkaufen, wieder ein Step verkaufen und da dann wirklich auch unabhängig von Emotionen handeln, dass du wirklich sagst, okay, pass auf, ey, ich verfalle nicht in Gier und wenn es runtergeht, dann musst du halt halten. Wenn du keine richtigen Gewinne realisiert hast, dann musst du halten, dann musst du es aushalten, ist nun mal so weiter Cashflow generieren, dass du nicht auf das Geld angewiesen bist und dann kannst du eben weitergehen. Weil wenn wir uns auch jetzt mal den gesamten Markt anschauen, wir reden jetzt ja gar nicht nur von Krypto, wir reden jetzt mal wirklich mal vom gesamten Marktumfeld und da sind wir jetzt wirklich auch im Aktienmarkt hier, S&P 500. Auch da sind wir hier wirklich in einer extremen Angst aktuell, ja, auch da sind wir wirklich hier in einem sehr, sehr unruhigen Markt. Klar, die Zinsentscheidung der FED steht aus, wir sehen, dass die Inflation gerade in Europa, in Deutschland extrem ansteigt. Jetzt wird natürlich versucht, mit der Zinserhöhung da entgegenzuwirken, ja, Corona-Pandemie gerade vorbei, die ganzen Nachwirkungen, ja, Russland-Ukraine-Konflikt, Lieferketten brechen teilweise weltweit, gewisse Lebensmittel, Stromkosten gehen teilweise extrem hoch. Man sieht, wie die Welt in Abhängigkeiten ist, neue Strukturen bilden sich, ja, weil wenn die eine Handelsverbindung kippt, suchen sich neue Handelsverbindungen, ja. Die Welt ist agiler denn je und viele weltweite Strukturen verändern sich aktuell und dadurch ist natürlich Angst in den Märkten. Und da gilt es natürlich auch, wieder Cashflow zu generieren. Da gilt es für dich eben, Cashflow aufzubauen, dass du eben weiter vorankommst, um eben Krypto-Multimillionär oder Millionär zu werden und dir die finanzielle Freiheit zu holen. Weil Millionäre werden nicht im Bullenmarkt gemacht, Millionäre werden im Bärenmarkt gemacht. Dann, wenn es unten ist, ja, dann geht es dir, ein Fundament aufzubauen, ja, Businessmöglichkeiten, wenn du sagst, ey, ich bin im Angestelltenverhältnis, ey, ich bin in der Selbstständigkeit, aber ich habe kein skalierbares Einkommen. Ja, schreib mir Menschen ran, wir haben die besten Businessmöglichkeiten, wir haben Leute, die sind mit 100 Dollar gestartet, haben jetzt Zechhunderte Tausend und leben irgendwo in der Karibik von ihrem passiven Einkommen. Wir sind hier im 2022 in Krypto, ja. Hier ist alles möglich. Du musst halt nur Chancen nutzen. Und da will ich ihm entsprechend natürlich immer Wissens vermitteln. Deswegen auch die Live-Webinare. Check sie ab, ja. Moneymaker-Webinar letztens von Free gemacht, wo ich Möglichkeiten vorgestellt habe. NFT-Expertise. Kaufst ein NFT für 2, 3, 4 Solana, eine Woche später verkaufst du das für 30, 40. Geld wert zehnfach. Ja, mit NFTs ist das möglich. Der Logo. Dir fehlt bloß die Information. Das kannst du machen. Du brauchst einfach nur Wissen in dem Markt. Und genau dafür ist dieser Kanal da. Empfehle ihn weiter. Abonnier ihn. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.